Violeta Milic, 31 Jahre alt, ist endlich wieder fit für ihre beiden Buben. Der Zehnjährige im Laden und der kleine Marco sind froh, dass sie zusammen mit ihrer Mami wieder spielen und lachen können. Müde, kraftlos, ausgelaugt, leer. So fühlte sich Violeta Milic in den letzten vier Jahren. Seit der Geburt des kleinen Marco wurde ihr Leben zur Hölle. Schlafstörungen, Kopfschmerzen und diese unendliche Müdigkeit, diese Erschöpfung bereits am Morgen. Der ganze lange Tag noch vor ihr. Mit all den Aufgaben, groß wie Berge. Am liebsten wäre sie nach dem Aufstehen gleich wieder ins Bett. Doch das ging natürlich nicht. Violeta Milic kämpfte sich durch den Alltag. Als Mutter, als Hausfrau und drei Tage in der Woche als Verkäuferin bei Gomesa. Einkaufen, kochen, putzen, alles wurde ihr zu viel. An's Tennisspielen oder Fitnesstraining war schon gar nicht mehr zu denken. Mit viel Kaffee und Eisentröpfchen rettete sich Violeta Milic durch die Tage. Bis es einfach nicht mehr ging.